Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Ein Video zu einem sehr, sehr ernsthaften Thema und sehr, sehr schambesetzten Thema. Nämlich dazu, warum ein Mensch, möglicherweise du, sich nicht gewehrt hat oder nicht weggelaufen ist. Obwohl vielleicht schon klar war, was sich da anbahnt. Ich spreche von Gewalterfahrungen und Missbrauchserfahrungen. Und, ja, möchte dir einfach eine kurze Erklärung oder einen kurzen Impuls geben dazu. Nämlich den, dass wir A, natürlich eine Kultur haben. Das hat Stephen Porges hat das stark betont, Peter Levine auch, die das Kämpfen und das Weglaufen als große Leistung würdigt und anerkennt. Und, dass Menschen, die das nicht hinbekommen, in einer solchen Gefahrsituation, das zu leisten oder zu tun, dass die dann infolgedessen von der Gesellschaft zum Teil auch eben missachtet werden und selbst vor Scham im Boden versinken. Und das hat ganz einfach etwas mit der Kultur zu tun, die wir haben, dass wir uns nicht mit den Opfern identifizieren wollen, weil wir dann möglicherweise Gefahr laufen würden, eingebildet, auch selbst eher Opfer zu werden. Das ist auch der Grund, warum vielen Opfern, die gerade irgendwo live Opfer werden, nicht geholfen wird. Auf die Seite des Opfers sich zu stellen, ist immer eine heroische Tat. Und da sind die wenigsten zu in der Lage, in der Situation. Und das hat, interessanterweise, werden die ja dann auch indirekt Opfer und sind eigentlich in einer ähnlichen Situation wie das Opfer selbst. Und das hat etwas mit dem gleichen Mechanismus zu tun, nämlich dem, dass das Nervensystem auf Starre geschaltet hat, auf Schock und Starre. Untersuchungen haben gezeigt, dass 70 Prozent aller Frauen, die Missbrauch erlebt haben, in einen dorsalen Shutdown gegangen sind. Und dieser dorsale Shutdown ist dafür verantwortlich, dass du dich letztendlich nicht mehr gewährt hast oder nicht mehr wehren konntest. Und dein Nervensystem hat entschieden, anscheinend an einem bestimmten Punkt, jetzt ist es wichtig, den Shutdown reinzuhauen, reinzuhauen, die Morphine reinzuschieben, um möglichst gut durch die Situation zu kommen. Wenn ein Löwe frühstücken wollte, dann macht das total Sinn, dass man das nicht alles voll mitkriegt. Und genau das ist in so einer Situation auch der Fall. Das ist also ein sehr cleverer Mechanismus vom Gesamtsystem und vom Organismus. Und möglicherweise hättest du, wenn du vielleicht in einer ausweglosen Situation angefangen hättest zu kämpfen, auch gar nicht überlebt. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber de facto war das anscheinend das Bestmögliche, zu dem dein Nervensystem in der jeweiligen Situation in der Lage war. Es gibt natürlich Strategien, wie beispielsweise im Kampfsport, wo das oder in bestimmten Trainings für Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung, wo genau das trainiert wird, über diesen Schockmoment drüber wegzugehen, da durchzugehen, nicht in den Freeze zu gehen und dann trotzdem noch sich zu behaupten und zu wehren. Das wurde auch in Bochum gemacht. Da gab es ja jahrelange Missbrauchsfälle, immer wahrscheinlich vom gleichen Täter. Und die Frauen, die das gemacht hatten, sind in dem Moment da besser, in der Regel besser durchgekommen. Kann aber auch anders laufen, muss man dazu sagen. Also ich will dir damit nur sagen, es ist nicht deine Schuld, schon gar nicht, dass dir das passiert ist. Das denken ja die Opfer sowieso auch ganz generell von sich häufig. Und dass dein Nervensystem in diesen Shutdown reingeht, ist auch nicht deine Schuld, sondern es ist ein ganz natürlicher Mechanismus, der versucht, dich zu schützen. Und viele Menschen, die von sowas Opfer geworden sind, die sind also selber dann auch mit ihrem eigenen, mit diesem Schutzmechanismus auf Kriegsfuß, schämen sich ja dafür und sind auf diesen Mechanismus auch total wütend. Also im Sinne auf sich selber wütend. Und da ist es auch wichtig, sich selbst ein Stück weit zu verzeihen oder zu vergeben für diese super natürliche Reaktion. Wir sind halt keine klassischen Wildtiere mehr und keine Steinzeitmenschen, die diese Urmechanismen alle noch so ganz instinktiv parat haben. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben, wieso das so ist, dass du oder dein System so reagiert hast oder hat, warum du nicht mehr handlungsfähig warst in so einer Situation. Und ja, dass es im Grunde nicht deine Schuld ist, weil du warst im Grunde schon gar nicht mehr zu Hause wahrscheinlich, als das passiert ist. Weil mit diesem Zustand geht ja einher, dass wir dissoziieren, aus dem Körper rausgehen, Sinneskanäle dissoziieren, das hier und jetzt wie wegpacken, abspalten. Und das ist ja auch Teil dieser Schutzstrategie. Und es gibt eben Methoden, wie zum Beispiel auch das TRE, was solchen, was dann Stress, der daraus resultiert, auch wieder aus dem Körper, aus dem Fascialen System, aus dem Muskelsystem, aus dem Nervensystem herausbringen kann. Genau, dazu findest du ja auch ein paar Videos hier im Kanal. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Kraft und alles Gute. Jörg Fuhrmann vom Bodensee aus dem Freiraum Institut. Schöne Grüße. Tschüss.